Frau Janowiak, Frau Janowiak, ich kann Sie sehen. Der Elektriker ist wieder weg. Er muss denken, dass ich verrückt bin. Ich habe ihm ein viel zu großes Trinkgeld gegeben. Und er hat mich angesehen mit diesem prüfenden, besorgten Blick, mit dem man auf quengelnde Kinder, debile, alte oder eben durchgedrehte Frauen schaut. Aber er hat die Lampe repariert und dabei die Spinne an ihrem Platz gelassen und ihr feingewebtes Netz zwischen Lampenkabel und Zimmerdecke nicht zerstört. Als er auf die Leiter stieg und ich zu ihm hoch sah, ließ sie sich gerade an einem Faden herunter. In diesem Augenblick passierte irgendetwas in mir, das ich nicht erklären kann. Eine Explosion aus Erinnerungen und Gefühlen. Und ich stürzte auf die Leiter zu, breitete die Arme aus und rief, meine Mutter, meine Mutter. Er war abrupt auf der dritten Sprosse stehen geblieben und hatte mich entgeistert angestarrt. Was hätte ich ihm erklären können? Die Tränen standen mir in den Augen. Ich konnte gar nichts sagen, nichts erklären, schon gar nicht diesem wildfremden Elektriker. Meine Mutter, sagte ich stattdessen nur noch einmal leise und um überhaupt noch irgendwas zu retten, fügte ich hinzu, meine Mutter hat früher sowas immer repariert, aber sie ist tot. Und dann zeigte ich auf die Spinne und ihr kleines, zartes Netz. Bitte, sagte ich, machen Sie das nicht kaputt. Er nickte, kletterte weiter hoch, schraubte die Lampe mit der zerborstenen Birne und der defekten Fassung aus der Decke und kam wieder herunter von der Leiter. Er setzte sich an meinen Küchentisch und nahm die Lampe auseinander, nachdem er noch einen raschen, besorgten Blick auf mich geworfen hatte. Ich wusch den verschmierten Lampenschirm mit dem Schwamm unter fließendem warmen Wasser sauber. Er entfernte die Scherben der geplatzten Glühbirne aus der alten Fassung, setzte eine neue Fassung, eine neue Birne ein, nahm den Schirm, nachdem ich ihn sorgfältig abgetrocknet hatte, und schraubte das Ganze wieder zusammen. Es gab keinen Mann in meinem Leben, der eine so einfache Reparatur für mich hätte machen können. Ich war zu ungeschickt und zu ängstlich dazu. Und meine Mutter, die sich energisch an alles gewagt hatte, war seit einem halben Jahr tot und fehlte mir entsetzlich. Wie verloren, wurzellos ging ich umher und suchte sie auf dem Weg zum Bäcker, zum Supermarkt, zur Post, hoffte bei der Rückkehr in diese für mich allein so große und stille Wohnung, sie würde doch plötzlich wieder da sein und ich würde sie an der Nähmaschine, am Klavier, mit dem Staubsauger hören, wenn ich heimkäme. Es blieb still, sie war verschwunden. Wohin? Wohin gehen die Toten, wenn sie uns verlassen? Wir sind auf ihr plötzliches und so endgültiges Verschwinden niemals richtig vorbereitet. Aber jetzt, während ich diesem Mann zusah, der die Lampe wieder an der Decke befestigte, jetzt hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, sie ist da, sie ist in meiner Nähe, sie schaut auf mich, hier in unserer Küche. Vorsicht, sagte ich zu dem Elektriker, als er sich an der Zimmerdecke zu schaffen machte und ich weiß schon, nickte er und schraubte und ich sah sehr wohl, dass er zu dem Spinnennetz schaute und es gern mit einer einfachen Bewegung seines Schraubenziehers weggewischt hätte. Er tat es nicht. Er war fertig und kam die Leiter wieder herunter. Keine zehn Minuten hatte er für all das gebraucht. Und nun kippte er die Sicherung wieder zurück, drückte auf den Schalter und die Lampe brannte. Brennt, sagte er überflüssigerweise und sah mich an, wie man eben eine Frau ansieht, die plötzlich aus heiterem Himmel »Meine Mutter, meine Mutter« schreit und die ein Spinnennetz nicht wegwischt, wie es doch jede gute Hausfrau täte und die also allem Anschein nach eben das nicht ist, eine normale, gute Hausfrau. Immer war ja auch Mutter die Hausfrau gewesen. Immer hatte sie alles geordnet, geplant, organisiert. Ich war das Kind, bis zuletzt, bis zu ihrem Tod und da war ich 40 Jahre alt. »Kind«, hatte sie in einem ihrer letzten klaren Augenblicke gesagt und meine Hand gehalten. »Kind, wenn du nur zurechtkommst ohne mich, denk immer dran, ich bin nicht wirklich weg von dir, das sieht nur so aus. Ich bin immer da, ich sehe dich und irgendwann wirst du mich auch sehen und wirst wissen, dass ich es bin.« Wenn das so einfach wäre. Bis jetzt hatte ich sie nicht nur nie mehr gesehen, ich hatte nicht einmal in irgendeiner Form ihre Nähe gefühlt, in dieser Wohnung nicht, auf unseren gemeinsamen Wegen nicht, die ich nun allein ging, erst recht nicht an ihrem Grab, in dem sie unter Rosen und Lavendel lag. »Gib ein Zeichen«, hatte ich schon manchmal geflüstert, aber es gab kein Zeichen, nichts. Ich war allein, das verlassene Kind. Sie, die mein ganzes Leben so sehr bestimmt, beschützt, bewacht und geregelt hatte, sie war nicht mehr da. Immer war ich schüchtern gewesen, furchtsam, von heftigen Angstfantasien heimgesucht, glücklich nur in der Welt meiner Bücher. Und wenn ich daraus auftauchte, auch später in meinem Beruf als Bibliothekarin in der Stadtbücherei, dann hatte Mutter immer schon alles aufgeräumt, hatte gekocht, den Tisch schön gedeckt, meine Wäsche gewaschen und gebügelt und sie strahlte mich an und sagte, »Komm, Kind, leg deine Brille weg, jetzt machen wir es uns richtig gemütlich.« Einmal hatte ich versucht, einen Mann etwas näher kennenzulernen, der immer so viele Bücher aus der Bibliothek entlieh, dass er mir schon dadurch sympathisch geworden war. Er hieß Hermann Westermann, und ich fand es nicht einfallsreich, dass seine Eltern, wenn sie schon Westermann hießen, dem Vornamen auch noch einen Mann hatten angedeihen lassen, Hermann Westermann, der doppelte Mann sozusagen. Er war alles andere als männlich. Zwar war er groß, aber sehr weich, wie Knochenlos, rosa Farben, und er trug Brillen mit Gläsern wie Flaschenböden so dick. Es hatte lange gebraucht, bis er auf meine freundlichen Ansprachen auch einmal entsprechend reagieren konnte, über und über errötend. Er ließ sich nur Tierbücher aus, Sachbücher, Kinderbücher, Romane, alles handelte von Tieren. Und es schien gleichgültig zu sein, ob er das Leben der Eisbären in Alaska, eine Abhandlung über Katzen als Grabbeigaben im alten Ägypten, eine Kulturgeschichte des Weißkopfadlers oder ein lustiges Kinderbuch über ein zahmes Eichhörnchen namens Anton auslieh. Alles schien ihm zu gefallen. Und ich lud ihn eines Tages ein, meine tierliebe Mutter und mich zu Hause auf einen Tee zu besuchen. Er war tatsächlich gekommen. Aber die Unterhaltung während des Tees war stockend und zögerlich verlaufen. Meine Mutter, die Kuchen gebacken hatte, wollte unbedingt, dass Hermann Westermann sich zu einer bestimmten Tierart vorrangig bekannte. Sie können nicht alle Kreaturen gleichlieben, sagte sie. Es führt, wenn Sie mich fragen, kein Weg von der Liebe zum Zierfisch bis zur Verehrung des genügsamen Dromedas. Er fragte sie aber nicht, blieb einsilbig und verließ uns früh. Ich war noch einmal mit ihm ins Kino gegangen in den Film »Die Wüste lebt« von Walt Disney. Aber er hatte im Dunkeln nicht nach meiner Hand gegriffen. Und vielleicht war das auch besser so. Ich war, so schien mir, für die Männer nicht gemacht. Schon in der Tanzstunde hatte mich nie jemand recht beachten wollen. Aber wenn ich ein wenig deswegen weinte, hatte Mutter mich getröstet und gesagt, »Kind, die Männer sind es alle nicht wert.« Im Laufe der Jahre hatte ich mich an mein männerloses Leben mit Mutter gewöhnt. Der Elektriker nannte mir einen Preis, der niedriger war als die Kosten für die Anfahrt. Ich rundete großzügig auf und er sah mich ein letztes Mal besorgt an, ob denn auch alles in Ordnung wäre mit mir, und dann ging er. Ich setzte mich an den Küchentisch und schenkte mir ein Glas Wein ein am hellen Tag. Und ich dachte an meinen Vater, der schon früh gestorben war, gerade in dem Sommer, als wir in das kleine Haus am Stadtrand umgezogen waren. Ich war damals zehn Jahre alt. Mein Vater war Vertreter für Herrenstoffe gewesen. Mit einem Koffer, den man aufklappen konnte wie ein Schränkchen und in dem auf kleinen Holzstangen Stoffmuster für Herrenanzüge hingen, grau, graumilliert, Pepita, blau, dunkelblau, schwarz, fuhr er über Land und besuchte Herrenschneider und gute Ausstattungsgeschäfte. Und er starb, kurz, ehe er damit endgültig pleite ging, denn solche Unternehmen gab es bald nicht mehr und sie wiechen großen Kleiderfabriken. Er war still und gehemmt wie ich und meine Mutter seufzte immer, wenn sie ihn durch die Gardine von seinen Reisen zurückkommen sah. Früher, als wir noch in der dunklen Dreizimmerwohnung in der Mittelstädter Straße gewohnt hatten, gab es ein Elternschlafzimmer, aus dem nie auch nur ein Laut drang, wenn er daheim war. Sie stritten nicht, sie lachten nicht, sie redeten ganz offensichtlich nicht einmal miteinander, wenn sie allein waren. Gespräche mit meinem Vater gab es nur beim Essen in der Küche an diesem Tisch, wenn es um meine Schularbeiten, die Zahnspange oder eine notwendige neue Anschaffung ging. Fuhr er dann wieder los auf seine Tour mit seinem seltsamen Musterkoffer, sah ihm meine Mutter vom Fenster aus nach, schwieg, seufzte und drehte sich dann zu mir um. So, Kind, sagte sie, jetzt machen wir es uns wieder gemütlich. Und das schaffte sie auch immer wieder, es gemütlich zu machen, in dieser wenig schönen, lauten Wohnung an der Mittelstädter Straße durch die Tag und Nacht der Verkehr rollte. Direkt vor unserer Haustür hielt die Straßenbahn der Linie 6, die vom Ostfriedhof kam und an uns vorbei hinausfuhr ins Grüne, zur Elisenhöhe. Das waren von uns aus noch acht Haltestellen und sonntags fuhren wir manchmal zur Endstation, Mutter und ich, wenn Vater am Küchentisch saß und seine Abrechnungen machte. Und dann gingen wir auf der Elisenhöhe spazieren, durch die schmalen, baumbewachsenen Straßen, vorbei an hübschen kleinen Häusern mit netten Vorgärten und meine Mutter sagte, hier werden wir eines Tages auch wohnen, das verspreche ich dir. Sie hielt ihre Versprechen immer und tatsächlich gelang es ihr kurz nach meinem zehnten Geburtstag eines dieser Häuschen zu mieten. Sie nähte damals viel in Heimarbeit und verdiente auch durch Klavierstunden, die sie gab, so viel zum kläglichen Gehalt meines Vaters dazu, dass wir die Miete für ein kleines Haus in der Akeleistraße zahlen konnten. Es hatte auch einen dieser gepflegten Vorgärten, auf den das große Wohnzimmerfenster, das Blumenfenster hinausging. Rechts um das Haus herum führte ein Kiesweg in den hinteren Garten und zur Küchentür, deren obere Hälfte aus Glas war. Wenn die Sonne schien, konnte man durch dieses Küchenfenster, durch die Küche, ein Stückchen Flur, durchs Wohnzimmer und wieder dort zum Fenster hinaus in den Vorgarten blicken. Wir waren sehr glücklich in unserem kleinen, hellen Haus. Wir, das heißt Mutter und ich, denn kurz nach dem Umzug war Vater auf einer seiner Reisen gestorben, ein Herzanfall. Er hatte noch rechts an den Straßenrand fahren können und war dann über dem Steuer seines Autos zusammengesunken, ein graues Auto, grau wie er selbst, sein Leben, seine Musterstoffe. Sie hatten uns angerufen und Mutter und ich waren in ein Krankenhaus gefahren, wo es nichts mehr zu tun gab. Kurze Zeit später schon hatte Mutter das graue Auto, seine grauen Mäntel, Anzüge und Hüte, ja sogar den Musterkoffer mit den Stoffproben verkauft. Die Hälfte des Doppelbettes verschwand aus dem Schlafzimmer und es war, als ob es diesen Mann nie gegeben hätte. Heute denke ich oft mit einem wehen Gefühl an ihn und versuche mich daran zu erinnern, was wohl seine letzten Worte an mich gewesen waren. Auf Wiedersehen, mach's gut. Also dann? Ich weiß es nicht. Und manchmal wünschte ich mir, ich könnte noch einmal mit ihm in der Küche sitzen, jetzt zum Beispiel, hier bei diesem Glas Wein und dann würde ich ihn bitten, von sich zu erzählen, vom Krieg, von seinen unerfüllten Träumen und ob er manchmal an uns, an mich gedacht hat, bei seinen langen Fahrten über die Landstraßen. Nach der Beerdigung hatte Mutter die Nachbarn und Freunde nicht in ein Restaurant eingeladen, wie es üblich war, sondern alle gebeten, mit zu uns nach Hause zu kommen. Die Linie 6 fuhr ja direkt von der Endhaltestelle Ostfriedhof zur Endhaltestelle Elisenhöhe, an unserer ehemaligen Wohnung und der Wohnung der Nachbarn in der Mittelstädter Straße vorbei. Man musste einfach nur noch acht Haltestellen länger sitzen bleiben und die Nachbarn kannten ja unser Häuschen noch nicht. Sie kamen alle. Es war ein warmer Tag im Mai, man saß im Garten und es gab Kaffee und Kuchen, später Schnittchen, Bier und Schnäpse für die Männer. Die Ackeleien und die Pfingstrosen blühten, auch noch der Flieder und Frau Bittner sagte, wie haben Sie es doch schön hier, Frau Janowiak. Und Herr Hürzler sagte, Frau Janowiak, ich beneide Sie um diesen Garten. Ich führte die Nachbarn durchs Haus, zeigte mein Zimmer, Mutters Nähzimmer, das sonnendurchflutete kleine Bad und hoffte, sie würden bald alle wieder gehen. Aber sie blieben bis in den Abend hinein und als sie endlich mit der Linie 6 wieder abfuhren, zog meine Mutter sofort das schwarze Kostüm aus, ein Hauskleid an, räumte Teller, Tassen, Gläser zusammen und sagte, so Kind, das war dieses Kapitel, jetzt machen wir beides uns richtig gemütlich. Und dann gab es nur für uns Kartoffelsalat mit Würstchen. Herr Hürzler hatte angekündigt, uns bald wieder zu besuchen. Und tatsächlich stand er schon zwei Wochen später mit einem Strauß Freilandrosen vor der Tür. Ich machte im Garten an einem kleinen Tisch meine Schularbeiten. Mutter gab im Haus eine Klavierstunde. Sie hatte in dieser Gegend der gut gestellten Häuschenbesitzer mit Kulturanspruch in kürzester Zeit sieben neue Schüler bekommen und die Preise für eine Klavierstunde mutig erhöht. Herr Hürzler setzte sich zu mir in den Garten und wir hörten zu, wie Renate Schlegel die Bassnoten übte. Und Herr Hürzler zeigte unter den Jasmin und sagte, hier muss man doch ein Gemüsebeet anlegen. Das sagte er auch zu meiner Mutter, als Renate Schlegel endlich gegangen war und sie zu uns herauskam. Sie brachte ein Tablett mit Kaffee und Geschirr mit und ich wurde zum Bäcker geschickt, um drei Puddingteilchen zu kaufen. Eiterbrillen, sagten wir in der Schule dazu, wenn wir in der Pause die Brezeln mit dem süßen gelben Pudding aßen. Hm, leckere Eiterbrillen. Herr Hürzler trank Kaffee, aß seine Eiterbrille, rauchte dann eine übel riechende billige Zigarre und dozierte über den Garten, was man ausreißen, was neu pflanzen müsse, er kenne sich da aus, er würde das gern übernehmen. Meine Mutter blieb zurückhaltend, bediente ihn freundlich, ging auf die Gartenangebote aber nicht weiter ein und erzählte kleine Geschichten aus der neuen Nachbarschaft. Mir war plötzlich ungemütlich zumute, denn ich hatte das Gefühl, als wolle sich Herr Hürzler, kaum dass mein Vater drei Wochen tot war, an meine Mutter heranmachen, hier einziehen und der neue Papa werden. Er war Witwer, arbeitete im Finanzamt, wohnte in der Mittelstädter Straße im besonders lauten, besonders dunklen Parterre und ich konnte mir gut vorstellen, dass er liebend gern in das sonnige Häuschen zu uns gezogen wäre. Er kam nun öfter und meine Mutter war freundlich zu ihm, obwohl ich das Gefühl hatte, dass sie jedes Mal leicht seufzte, wenn sie in die Straße entlang kommen sah oder wenn schon wieder er es war, dem sie nach 17 Uhr seinem Büroschluss oder an den Wochenenden die Tür öffnen und dann stundenlang Kaffee trinken mit ihm im Garten sitzen musste. Immer wieder bot er sich an, ein Gemüsebeet anzulegen, immer wieder wiegelte sie freundlich ab und wich aus. Aber zu mir, sagte sie beim Abendessen, während sie energisch mit der Bratpfanne klapperte, in der die Bratkartoffeln brutzelten, wohlmöglich kommt er dann jeden Tag zum Unkrautzupfen. Sie lud mir mit einem gekonnten Schwung die Bratkartoffeln auf den Teller und fügte deutlich hinzu, das dann doch nicht. Eines Tages war ich beim Bäcker an der Endhaltestelle, um ein Brot zu kaufen und ich hatte gerade noch gesehen, wie die Linie 6 ankam und darin saß schon wieder Herr Hürzeler. Er war erst zwei Tage vorher bei uns gewesen. Ich rannte nach Hause und sagte zu meiner Mutter, der Hürzeler kommt schon wieder. Sie dachte einen Augenblick nach, schloss rasch die Küchentür zum Garten ab und sagte mit einem Nachdruck, den ich sonst gar nicht an ihr kannte, nein, diesmal nicht. Wir sahen ihn schon um die Ecke biegen und da zog meine Mutter mich neben sich auf den Fußboden, direkt unter das große Wohnzimmerfenster, legte den Finger auf die Lippen und sagte, Psst. Warum wir nicht nach oben gelaufen waren, weiß ich nicht. vielleicht hätte die Zeit dafür nicht mehr ausgereicht, vielleicht war es ihr auch einfach nur zu viel Aufwand. Jedenfalls lagen Mutter und ich jetzt eng nebeneinander unter der Fensterbank des Blumenfensters auf dem falschen Perser-Teppich und hielten die Luft an, als Herr Hürzeler klingelte. Sie lächelte mich an und ich war sehr glücklich, weil ich plötzlich wusste, dass Herr Hürzeler hier niemals einziehen und niemals mein neuer Papa werden würde. Er klingelte wieder. Mutter zeigte auf eine Spinne, die direkt über unseren Köpfen zwischen Fensterbank und Wand ihr Netz gespannt hatte. Guck, flüsterte sie, wie kunstvoll das Netz ist. Du darfst Spinnen nie töten und möglichst ihre Netze nicht zerstören. Sie sind nützlich und sie wohnt genauso gern in unserem schönen Häuschen wie wir. Herr Hürzeler klingelte jetzt Sturm, indem er den Finger auf dem Klingelknopf ließ. Und meine Mutter zischte, der hat ja Nerven. Dann war es ruhig und wir lauschten darauf, dass seine Schritte sich entfernen würden, aber stattdessen hörten wir ihn über den Kiesweg gehen, der nach hinten in den Garten und zur Küchentür führte. Wir lagen mucksmäuschenstill. Und dann hörten wir Herrn Hürzlers Stimme. Frau Janowiak, Frau Janowiak, ich kann Sie sehen, rief er. Und als Mutter und ich den Kopf hoben, sahen wir sein Gesicht im oberen Fenster der Küchentür. Er hielt beide Hände rechts und links neben die Augen, um die Sonne abzuschirmen und besser sehen zu können. Er starrte durch Küche, Flur und Wohnzimmer auf uns, die wir dann nebeneinander unter dem Blumenfenster lagen. Für eine kleine Ewigkeit geschah gar nichts. Dann zog meine Mutter tief die Luft ein, stand auf, glättete ihr Kleid und ging durch Wohnzimmer, Flur und Küche zur Hintertür, um Herrn Hürzler zu öffnen. Kommen Sie rein, sagte sie, mehr nicht. Er kam schweigend herein, setzte sich an den Küchentisch, sie kochte Kaffee und ich verzog mich nach oben, nachdem ich kurz und verlegen guten Tag gesagt hatte. Zum Bäcker wurde ich diesmal nicht geschickt, es gab keine Eiterbrillen. Sie redeten, aber das Gespräch schien mir weniger lebhaft zu sein als sonst, ich saß oben auf der Treppe und versuchte etwas aufzuschnappen. Meine Mutter war einsilbig, wenn auch höflich. Herr Hürzler erzählte, dass Herr Bittner wegen seiner Krampfadern im Krankenhaus läge. Oh, sagte meine Mutter, der liebe Herr Bittner, da werde ich ihn aber in den nächsten Tagen mal besuchen. Herr Hürzler blieb nicht so lange wie sonst. Er ging, ohne sich von mir zu verabschieden und er kam nie wieder. Sie hatten beide mit keinem Wort über den seltsamen Vorfall geredet, aber er hatte wohl verstanden und verschwand so aus unserem Leben, wie allmählich alle Nachbarn aus der Mittelstädter Straße aus unserem Leben verschwanden. Mutter hat auch Herrn Bittner nie im Krankenhaus besucht. Als wir Jahre später wieder in eine Stadtwohnung zogen, weil die Besitzer des Häuschens selbst dort einziehen wollten, habe ich Frau Bittner mal auf der Straße getroffen. Sie erzählte mir, dass Herr Hürzler nach seiner Pensionierung zu seiner Schwester nach Wuppertal gezogen sei. Als meine Mutter gestorben war, blieb ich in unserer gemeinsamen Wohnung. Einmal bin ich mit der Linie 6 zur Elisenhöhe hinausgefahren und durch unsere alte Straße spaziert, am Häuschen mit dem Blumenfenster vorbei, unter dem wir damals gelegen hatten, und ich musste an die Spinne und ihr Netz in der Ecke unter der Fensterbank denken. Als ich zurück nach Hause kam, fühlte ich mich allein und verlassen und so, als wären die besten Jahre meines Lebens längst vorbei und ich hätte damals nicht gemerkt, dass das schon die besten Jahre wären und dass danach nichts mehr kommen würde. Meine Mutter fehlte mir und jetzt, als ich mit meinem Glas Wein am Küchentisch saß und spürte, wie mir wieder die Tränen kamen, hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, sie doch noch in der Nähe zu haben, als würde sie auf mich herabsehen, schützend, liebevoll, als würde sie ihr mütterliches Nest weiter für mich bauen und ihr feingesponnenes Netz von Sorge und Fürsorge weiter um mich weben. Und ich sah zur Zimmerdecke hoch, wo die Spinne still in ihrem Netz saß. Ich musste lächeln und sagte leise unter Tränen, Frau Janowiak, Frau Janowiak, ich kann sie sehen.